Zürich, Altstetten. An der Buckhauser Strasse betreibt die SAE Zürich zu Studienzwecken vier hochwertige Tonstudios. Bis es am 15. September 2011 zur Katastrophe kommt. Es hat brennt bei uns Mitte September 2019 in einem Aufnahmeraum. Die Ursache war ein technischer Defekt im Lichtschalter. Insofern kann man niemandem gross die Schuld geben. Und brennt hat es natürlich sehr schön, weil in einem solchen Tonstudio alles aus Stoff- und Dämmaterialien sind. Es hat wahrscheinlich einmal einen grossen Rundumschlag gemacht und dann ist die Züge weg gewesen. Es hat ja einen Raum einfach gebrannt. Es sind aber vier Räume betroffen, weil die Decke zusammenhängend ist. Bei allen Räumen und es dort auch Ruhespartikel drauf hat, wo halt einfach stinkt. Und darum muss man jetzt alle vier Räume, also Studio 1 und 2 mit Aufnahmeraum komplett demontieren. Es sage ich jetzt mal bis auf die Aussenwand, die bleibt. Und dann wird einfach alles in der Aussengrund neu erstellt. In mühsamer Handarbeit werden Gipswände und Verkleidungen aufgerissen und von ihrer Verankerung gelöst. Jeder Gipsrest muss herausgehebelt, weggeschliffen oder abgeschlagen werden. Als einziges darf das Holzskelett stehen bleiben. Erst jetzt kann mit der Sanierung begonnen werden. Im Holzgerüst müssen einzelne Bereiche ausgebessert oder ersetzt werden. Der Schreiner fertigt die Ersatzlatten einzeln an und setzt sie ein. Das gesamte Lüftungssystem muss wegen der Rußablagerung ausgewechselt werden. Neue Ab- und Zuluftrohre sorgen wieder für frische Luft. Die vier Räume werden nun wieder voneinander getrennt. Als erstes werden die Lücken mit Isolationsmaterial gefüllt. Der Akustikfachmann Dirk Neu erklärt die verwendeten Materialien. Die Materialfrage ist die relevante Frage im Studiobau. Es kommt darauf an, was an der Wende ist. Und was auch noch sehr darauf ankommt, ist, was hinter der Wende ist. Das ist ein Thema der Bauakustik, also ein Thema der Schalisolation zwischen Dämmraum und unter anderem der Nachbarn, aber auch der Räume nebenan. Das war das Ziel, dass man hier die Schalldämmung von den Nachbarn stark verbessert. Es ist auch von der Schule, von der Funktion der Räume her notwendig, dass dieser Raum funktionieren kann, unabhängig von allen anderen Räumen, die in diesem Sektor konstruiert worden sind. Der Boden ist konstruiert auf Elemente, die aussehen wie das hier. Einfach viel längere Stangen dran haben, aber genau den gleichen Aufbau sollte man aufweisen. In diesem Element hat es eingeklemmt, so eine Art Gummiwürfel, wenn man hier fest drauf drückt, dann bewegt sich das effektiv auch ein bisschen. Das ist also ein elastisches Material. Auf das Material kommen die Bodenplatten. Das sind gewisse Dicke, Holz, Gips, Holz als Lage und ganz am Schluss kommt der Paket drauf. Die Bodenplatten, die da drauf montiert werden, die sind akustisch entkoppelt vom Rohboden. Das heisst, wenn Schallenergie den Boden zur Schwingung anregt, zum Beispiel ein Schlagzeug oder auch sonst eine Bossenergie, der Boden zur Schwingung anregt, wird die Schwingungsenergie durch die Federn absorbiert und geht nicht am Rohboden weiter. Das ist eines von vielen möglichen Beispielen, die auch die Entkoppelung für die Wände gewährleistet. Und zwar ist das auch eine Schiene, die zwei, drei Meter lange Stücke angeliefert wurden, die an die Wand geschraubt worden sind, so. Und das sieht man auch hier, wenn man das so hält und es ein bisschen zusammendrückt, dann bewegt sich das. Die Schwingungsanregung, die durch den Schall im Raum passiert, die wird die Wand anregen und die Schwingungsenergie der Wand wird in diesem Dämpfer in Wärme umgewandelt und nicht als Schall weitergeben an den Rest des Gebäudes oder an die anderen Räume, die es hier noch hätte nachbeschafft. Auf diese Schienen kommen nun an jeder Wand drei Schichten Gipsplatten. In allen Räumen werden die Decken mit Isolation und die Schaltungsmaterial versehen. Auch eine Decke, das ist ein sehr kompakter Abhänger, der eigentlich ein bisschen wie eine kleine Federe und wo die Deckelemente dranhängen, dort ist genau der gleiche Mechanismus, die Decke fängt gleich an zu schwingen und die Federe, die schwingt die Schwingung in Wärme umwandeln, die Schallenergie geht in Wärme und nicht als Schall weiter zum Nachbarn. Abschliessend werden die letzten Gipsplatten passgenau montiert, auch hier wieder drei Schichten übereinander. Bei jeder Gipsschicht müssen die Fugen und Schraubenlöcher verkittet werden, damit keine Luft zirkulieren kann. Auch die Aussenwände haben beim Brand Schaden genommen. Darum müssen sie ausgebessert und stabilisiert werden. Die Schadstellen werden repariert. Erst dann kommt der neue Verputz drauf, der mittels Abrieb die körnige Struktur erhält. Der Schreiner fertigt neue Tür- und Fensterrahmen an, die angeleimt und festgetackert werden. Das Studio 1 bekommt eine neue Fensterscheibe. Mittels Saugnäpfen wird das Glas in die Halterung gehievt und dann stabilisiert. Nach der Fertigstellung der Oberflächen kann nun der Maler seine Arbeit verrichten. Als erstes werden die Decken und Wände weiss grundiert. Die Wände erhalten später einen hellblauen Anstrich. Fenster und Türrahmen werden wieder im bekannten Dunkelblau überstrichen. In der Zwischenzeit baut der Tontechniker zwei Racks für die Aufnahmestudios zusammen. Die Kabel für Audio und Netzwerk werden einzeln zugeschnitten, verlötet, angeschrieben und montiert. Boris Adol. Oh GLOB happy! Murray Months haler Die Racks verbinden alle Studios und Regieräume untereinander. Für eine optimale Raumakustik braucht es drei Elemente. Als Reflektoren bezeichnet man glatte und harte Oberflächen, die den Schall zurückwerfen. Die Holzdecke und die Gipswände sind solche Reflektoren. Die Schaumstoffwände werden Absorber genannt. Der Melaninschaum bremst die Schallwellen weitgehend aus. Die dritten Elemente sind sogenannte Diffusoren. Gerillte Holzelemente mit harter Oberfläche, die den Schall diffus zurückwerfen. Hier werden die Diffusoren mit kleinen Abständen von 1,6 mm montiert. Durch diese Spälte gelangen Tieffrequenztöne zum Schaumstoff und werden dort absorbiert. Der blaue Stoff dient nur als Kaschierung. Er ist für die Akustik irrelevant. Die Mischpulte mussten teilweise zerlegt und gereinigt werden, weil auch da der Ruß Schaden angerichtet hatte. Nun werden sie wieder verkabelt und ins Netzwerk eingebunden. Als letztes Element bekommen die Control Rooms Plexiglasplatten, die auch zur Absorption des Schalls dienen. Nach Abschluss des Bauprojekts machen wir eine Nachmessung von diesen Räumen. Eine räumakustische Nachmessung unter anderem. Um zu schauen, ob die geplanten Werte in der Realität wirklich auch gehalten werden. In den Resultaten sieht man, dass die wesentlichen Trends aus der Voraussage eigentlich auch beim ausgeführten Raum tatsächlich auch zutreffen. Ein Trend ist, dass die Nachhaltzeit über die Frequenz relativ ausgeglichen ist. Das ist ein sehr wichtiger Parameter, aber auch nicht gerne eine Welligkeit in diesem Frequenzverlauf. Und der zweite Trend ist, und das ist im Rahmen des Standards absolut auch erlaubt, dass wir zu den tiefen Frequenzen an einen kleinen Anstieg von der Nachhaltzeit haben. Alles in allem sind wir im Rahmen der Standards. Wir sind in diesem Fall sehr zufrieden mit der ausgeführten Arbeit. und zeigen, dass unsere Planung so gut war, dass es der ausgeführten Arbeit entspricht. Und das ist erfreulich. Nach dreimonatiger Bauzeit erhalten die Studenten ihre Studios in Neuerpracht zurück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017